La 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 Touristen aus nah und fern nutzen den Originalen rund garm gern Es ist der einzige an Dresden selbe, Witz, Charme und Schirm, da der Gelbe. Wir laufen nun zum Altmarkt dort, ich fahre mit viel Wortsinn fort. Dieser Platz hat viel erlebt, Vergangenheit noch in der Aura schwebt. Wie schnell ist doch die Zeit verronnen, wir sind wieder am Kronentor angekommen. Am Ende dieses Dresdentrips gibt noch Gutscheine und viele Tipps. Jetzt seid ihr leider ohne Profi-Begleiter, dann schicke ich euch zum goldenen Reiter. Stellt bitte von überall her eure Fragen aus Heidelberg oder Boltenhagen. Stellt bitte von überall her auf Heidelberg oder Boltenhagen. Stellt bitte von überall her auf Heidelberg oder Boltenhagen. Vielen Dank.